Hallo, ich erzähle euch jetzt etwas über die ökologische Nische. Zunächst einmal müsst ihr wissen, dass jedes Individuum verschiedene Ansprüche an seine Umgebung stellt. Je nachdem, wie gut diese Ansprüche durch die Umwelt erfüllt werden, steigt oder sinkt die Vitalität des Individuums sowie seine Fortpflanzungsfähigkeit. Betrachten wir nun einen spezifischen Umweltfaktor, wie zum Beispiel die Temperatur, lassen sich die Werte vom Minimum, zum Beispiel 10 Grad, bis zum Maximum, zum Beispiel 30 Grad, in verschiedene Bereiche einteilen. Den gesamten Bereich bezeichnet man als Toleranz. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.